Alino und Marcin, nach dem Spiel des Mähntag hat man das Gefühl gehabt, vielleicht zeigt Zug Nerve, aber das war überhaupt nicht der Fall heute Abend. Ja, ich denke wir haben kontrollierte Leistung angebracht, sehr gut gestartet im ersten Rettel. Wir wollten Druck machen, wir wollten von Anfang an das Zettel in die Hand nehmen und ich denke, das ist uns am Anfang gelungen. Ich glaube, am Mähntag ist Disziplin sicher auch ein Thema gewesen. Inwiefern haben Sie das in der Garderobe diskutiert? Ja, ist klar. Es war allen bewusst, dass das nicht optimal gelaufen ist im letzten Spiel. Und ja, es passiert immer schnell. Die Emotionen sind da und die Strafen kommen. Aber wir haben gewusst, dass wir solid spielen wollen, wir müssen diszipliniert bleiben, ruhig bleiben. Und ja, im Zweidrittel haben wir zwei, dreimal wieder ein bisschen undiszipliniert agiert. Aber wir haben super Penalty-Kill gehabt, Leo super im Goal und wichtige Goal geschossen. Danke vielmals. Merci.